Willkommen. Heute möchte ich mit dir über illegale Golfschläger sprechen. Solche Golfschläger, die aus China kommen. Ja, du hast es sicher auch schon gehört. Die ein oder andere Markenhersteller. Golfschläger findet man auch auf Internetseite in China mit einem viel günstigeren Preis. Ich habe mir damals ein paar Schläger besorgt und habe sie auch eine Zeit lang gespielt und möchte heute meine Erfahrung teilen. So, China Schläger. Ich habe sie von der Marke Titleist alle getestet. Ich habe mir von China ein AP1-Set, komplett vom 3 bis zum 9. Und der Driver TS2, ein Scotty Cameron-Putter und SM7 Wedges, drei verschiedene AFU-Title-Liste. Was habe ich dafür bezahlt? Die Wedges pro Stück waren 30 Dollar, inklusive Shipping. Verzahlt hier in der Schweiz ist natürlich ein Bruchteil zu den 160 Franken, die das neu original kostet. Der Driver hat doch 150 Dollar gekostet. Da kommt aber ein grosser Teil davon. Fast über 50 Dollar waren rein Shipping, weil er in vier Tagen von China da war mit dem Flugzeug. Ist aber immer noch etwa ein Drittel vom Original. Das Isenset, das komplette AP1 ist eigentlich fast etwas zu gewaltig. Das ist ja vom 3 bis zum 9. Und das Ganze hat so um die 120 Dollar gekostet. Verschifft und wirklich, da habe ich es damals für 180 Dollar bekommen. Komplett alle Schläger, nicht einer. Das ist natürlich ein riesiger Preisunterschied von dem, was man in der Schweiz zahlt. Da ist ja ein Schläger so um die 130 bis 150 Franken. Das AP1 ist ja jetzt schon etwas in der Vergangenheit gerade. Das sind ja jetzt die neuen T-Serie herausgekommen. Aber für den Test, den ich jetzt über ein Jahr mit diesen auch immer wieder im Back mitgenommen habe, das ist schon eine super Ausgangslage. Der Putter ist ein Newport 2 Putter in schwarz lackiert. Der hat mich 120 Dollar gekostet, bereits verschifft da. Man muss aber auch sagen, dass so ein Scotty Cameron Putter so um die 500 bis 600 Franken ist. So, Chinaschläger habe ich von der Marken Titleist einmal den ganzen Back bestellt und durchgetestet. Angefangen beim Driver, ein TS2 Driver mit 10,5 Grad Loft in Stiff. Dort habe ich bei der Bestellung bereits den Loft und was ich für einen Schaft will, zwischen 4 bis 5 Modellen, Regular oder Stiff oder X-Stiff aussuchen können. Und der Schläger ist genau so angekommen, wie ich ihn bestellt habe. Dann vom Isenset. Das Isenset habe ich dann vom 3 bis zum 9 bekommen. Also der komplette Set vom AP1. Dort auch mit dem Stahlschaft. Den Schaft konnte man auch aussuchen. Zwischen nur noch 1 bis 2 Modelle vom Gewicht her. Und weiter hoch sind dann die Wedges. Dort konnte ich von 50 Grad bis 64 Grad oder 62 Grad aussuchen. Was ich dort bestellen wollte. Die waren alle mit Stahlschaft. Dort habe ich mir am Schluss 3 verschiedene Schläger bestellt. Ein 50 Grad, ein 58 Grad und ein 60 Grad. Um zu schauen, ob das meine Gaps sind, die ich auffüllen kann. Und dann noch der Putter Newport 2 Putter von Scotty Cameron. Titel ist ja. Das ist ein Wunschputter, den ich mir eigentlich immer spielen wollte. Ich bin einfach bereit in der Schweiz 500 und 600 Franken zu zahlen für einen Putter. Den müsst ihr mir wirklich schon selber einlachen. Wie habe ich das gespielt? Ich habe die Schläger alle in mein Pack genommen und mitgenommen. Die einen sind natürlich früher herausgefallen als die anderen. Aber ich habe mehrere Runden mit diesen Schläger gespielt. und habe eigentlich fast zu jedem Schläger ein anderes Fazit. Und darum schauen wir jetzt mal an, was meine Meinung dazu ist. Fangen wir mal das unten an. Also, beim Putter. Der Putter fühlt sich eigentlich sehr gut an. Also, wenn man den Ball in der Hand hat, wenn man sich ausrichtet, wenn man den Ball schlägt, das Schlaggefühl, ist genau so, wie ich es mir eigentlich vorstelle. Man muss sagen, der ist jetzt in so schwarz lackiert gewesen mit so goldigen Einschriften und so weiter. Das ist, ich glaube, das Original ist nochmal ein bisschen perfekter gemacht. Aber sobald man so einen halben Meter weg geht, sieht man das eigentlich nicht mehr. Was mich gestört hat, ist, dass der Schläger nach meinem Dunkeln unten dran irgendwie nicht so ganz hundert Prozent gerade ist. Ich kann es irgendwie nicht so ganz sagen, aber bei längerem Putter und Ausrichter hatte ich dann immer das Gefühl, ich müsse das kompensieren. Also, irgendetwas stimmt nicht. Und darum ist der Putter, obwohl er eigentlich gut funktioniert hat, und das Gefühl eigentlich gut war, dann mal wieder aus dem Berg rausgekehrt. Darum ist meine Empfehlung auch Putter mit Vorsicht zu geniessen bei China-Schläger. Das ist so ein feiner Schläger, den man so perfekt ausrichtet und durch die kleine Schwungbewegung eigentlich immer wieder so perfekt zum Ball herkommt. und das jenste kleine Abweichung, dass man sich selbst spürt und Auswirkungen hat. Und darum habe ich dort eigentlich schnell wieder das Vertrauen verloren und habe ihn wieder aus dem Berg rausgenommen. Dann bei der Wedge. Die Wedge sind Schläger, wo ich auch so ein bisschen das Gefühl habe. Ich meine, die Schwungbewegung ist nicht so schnell. Sie müssen nicht so fehlen, verzeihend sein. Und darum bei der Wedge habe ich eigentlich zum Original, wo ich auch einen SM7 in Jet Black habe, einen 56 Grad vom Original hier in der Schweiz. wo ich eigentlich sicher bin, dass es original ist, auch spielen. Kein Unterschied gemerkt. Also ich spiele jetzt noch den 50 und den 60 Grad, wo ich in meinem Back hinein habe. Immer wieder wechsle ich die drei Schläger durch, auch im Training. Und ich merke vom Schlaggefühl, vom Ballflug usw. keinen Unterschied. Die Zolle und alles ist wirklich genau so wie im Original, wenn man sie nebenher hält. Also wie es gefräst ist. Wie der Schlägerkopf ist eigentlich identisch. Was ich nicht beurteilen kann, ist wie er drinnen ist. Er fühlt sich vom Gewicht her und vom Schlag genau wie das Original an. Ich meine, schlussendlich ist das für mich das Wichtigste. Der Ball soll so, wie ich will, dorthin fliegen, wo er soll. Es soll ein Schlaggefühl gut sein, wenn er das ist. Und das macht, dann ist mir eigentlich egal, ob es drinnen irgendwelche Raumschiffteile hat oder überholen ist. Das bringt mir dann auch nichts mehr, wenn der Ball einfach so ausfliegt. Und darum für dieses Geld muss ich echt sagen, ich habe die jetzt noch in meinem Bag drinnen, weil ich einfach nicht bereit bin, jedes Mal 150, 160 Franken für irgendeinen Schläger zu zahlen, wo ich nur einen Gap drinnen habe. Und wo ich auch sagen, so ein 60 Grad Wäsche ist super lustig auf der Driving Range oder zum Üben. Aber auf dem Platz ist der eher ein Schläger, den ich in meinem Handicap-Bereich natürlich weniger brauche, weil ich einfach nicht so viel Vertrauen und Übung drin habe. Den nehme ich aus dem Sand heraus, wenn ich wirklich sehr kurz an der Fahne bin oder wirklich sehr hoch spiele. Und der funktioniert perfekt. Also Wäsche schon mal so ein bisschen Daumen hoch. Wenn es weiter geht, die ISA-Set, die API-Set. Die sieht super gut aus und fühlt sich super gut an. Ich habe die auch mehrfach mit Testschläger im Original verglichen und habe eigentlich vom Schlaggefühl keinen Unterschied gemerkt. Die sieht auch ausser daran genau gleich aus. Der Schaft ist perfekt, sieht genau wie das Original aus und fühlt sich eigentlich auch so an. Ich nehme auch an, dass der Schaft vom Original herstammt irgendwie aus der Fabrik und einfach den Kopf nahe gemacht worden ist. Ich habe die Schläger sehr lange auch gespielt, immer mal wieder. Und ich muss auch sagen, für das Geld, das sie kostet. Also wir reden hier von 160 Dollar. Für ein komplettes Set vom 3 bis zum 9. Was ja ein Schläger im Original, das AP1 damals auch so 130 bis 150 Franken kostet. Ein Schläger. Schlaggefühl super gut. Fehlerverzeihung kann ich nicht so sagen. Es ist halt immer so, wenn man diese einigermassen in der Mitte trifft, dann merkt man überhaupt keinen Unterschied. Ich habe jetzt aber auch zu den anderen Testschläger oder zu meinem aktuellen T300Z keinen Unterschied gemerkt, dass jetzt irgendwo der eine oder andere Schläger mal, man muss sagen, ui, der ist jetzt fehl, verzeihend oder nicht. Es ist eigentlich eine grosse Überraschung, dass die Schläger so gut sind, respektive für den Unterschied zum Original vom Gefühl her und vom Spiel eigentlich gar nicht da ist. Der Driver ist ein sehr heikeles Thema. Also bei mir ist es so, dass ich nicht sehr viel Vertrauen habe in meinem ersten Schlag und beim Drive. Und darum möchte ich eigentlich wirklich sicher gehen, dass ich die Technik und das Equipment, das ich dabei habe, meine Technik ein wenig ausgeleicht oder die Fehler verzeihend, genau dort mir dann die Schläge rette, dass ein Ball dann vielleicht mal nicht irgendwo ins Auto oder im Biotop landet, sondern auch einigermassen auf dem Fairway und dort ein paar Strafschläge einsparen kann. Der Schläger, der TS2-Schläger, hat sich super gut angefühlt. Ich habe mehrere Runden damit gespielt und habe eigentlich kurz vergessen, dass es ein Chinaschläger ist. Der Schaft wieder genau wie das Original, fühlt sich super gut an. Nur, wenn dann irgendwann mal ein Schlag doch wegdriftet, wegsliist oder irgendwo nicht richtig triffst, dann ist halt immer das komische Bauchgefühl da, ja, hätte ich dann mit einem Original, wo vielleicht doch innen dran irgendeine Technik hat oder so, wo fehlenverzeihender ist, den man jetzt auspässt hat, den Schlag jetzt vielleicht gleich noch irgendwo auf den Fairway gebracht und das Gefühl wollte man einfach nicht mitnehmen auf dem Platz. Und darum ist der Driver dann, obwohl er sich gut angefühlt hat und so weiter, und gut spielt eigentlich dann gleich mal aus dem Back rausgekehrt. Und ich habe dann auch nie mehr mitgenommen, gespielt und eigentlich immer auf die Marken, die ich jetzt spiele, eigentlich vertraut und die Original-Driver mitgeführt. Dann ist mir einfach die Fehlerverzeihung, so die Technologie habe ich das Gefühl, hat den meisten Einfluss genau auf den Schlagern. So kommen wir schon zu meinem Fazit. Die Schlagern sind mega günstig, sie bringen viel fürs Geld, das Gefühl ist fast gleich, wieso empfehle ich sie jetzt nicht? Es ist ein wenig widersprüchlich, aber ich muss einfach sagen, es ist so ein wenig wie jemand am Anfang ein ganz günstiges Einsteiger-Set kauft. Lohnt sich das? Er wird ja nach einem, zwei Jahren doch alles Geld zusammennehmen und ein richtiges Set nehmen und sich fit lassen. Dann wird er sagen, hätte ich das Geld doch lieber gespart, noch ein, zwei Jahre hätten sie vielleicht nochmal in ein besseres Set investiert. Und genau gleich ist es bei den Chinaschläger. Niemand wird zwei, drei Jahre mit diesen Chinaschlägern in einen Golfclub hineinlaufen, die Schläger von allen putzen und die Schläger mit vollem Vertrauen spielen. Aber sie bieten sehr viel fürs Geld. Und darum ist meine Empfehlung eigentlich, wenn man so einen Fun-Wedge wie in einem 60 oder 64 Grad mal ins Backwood reinnehmen und nicht bereit ist, eine volle Preiszahl. Dann ist es natürlich mega cool, wenn man für 30 Franken so einen Schläger von China kommen lassen kann, wo sich eigentlich genau gleich wie das Original spielt, aber ja, wo man dann vielleicht mal im Regen stehen lassen kann, mal irgendetwas ausprobieren kann. Oder eben so ein Schläger ist wie ein 64 Grad-Wedge, wo man dann vielleicht gleich nur zweimal im Jahr auf dem Platz spielt. Von Putter und Driver würde ich komplett die Finger lassen. Auch wenn sie sehr gut nachgemacht sind, das sind Schläger, die einfach in der Perfektion so gut sind, dass man schnell einen Unterschied merkt. Wenn der Putter nicht genau perfekt gerade ist, abgestimmt ist oder irgendein Gefühl nicht so ist, wie man das erwartet, man kann sie auch nicht testen im Internet, wird man es am Schluss auch nicht spielen oder schnell durcheinander setzen. Und beim Driver genau gleich mit dieser weiten Fehlerverzeigung, da kommt es so auf minimale Sachen an, auf die Distanz, wo der Ball hingeht. Da wird man einfach schnell das Vertrauen verlieren und wieder die alten Driver in den Back hineinnehmen, wie ich das gemacht habe. Die Isen sind echt gut. Die Isen sind echt gut. Und ich habe sie so lange auch immer wieder mitgenommen und gespielt. Es ist eine gute Alternative, wenn man keine Schläger hat, aber jetzt bin ich absolut glücklich mit dem T300, Original von Titleist. Ich kann nicht auf dem Platz sagen, dass ich jetzt schon viel weniger Schläger gemacht hätte oder die Fehlerverzeigung viel besser ist, aber man spielt mit einem viel besseren Selbstbewusstsein und Gefühl. Und darum skeptisch gegenüber den Chinaschläger. Sie sind top produziert, aber das Bauchgefühl, das im Golf sehr viel mitspielt, und da möchte man einfach ein super Equipment haben. Und das, was man dann zahlt, das muss dann verheben. Und das ist halt in China nicht so. Man weiss halt einfach nicht, was man bekommt bei diesen gefälschten Schläger. Und was jetzt da wirklich drin ist und ob es wirklich den einen oder anderen Schlag gibt, der dem Schläger die Schuld ist. Und das kann man beim Golf nicht brauchen. Und darum fliegen sie halt dann sehr schnell wieder aus dem Bäck und sind bei mir eigentlich auch irgendwo im Keller verstaut, um etwas auf dem Simulator herum zu hammern oder im Garten draussen, um etwas zu chippen. Dann bleibt er aber auch über die Nacht einfach immer draussen, weil er halt einfach 30 Dollar gekostet hat. Also, das war meine Meinung zu diesen Chinaschläger. Und schöne Golfsaison. Ciao.